ELECTRO Hallo Leute, Servus. Heute gibt es nicht viel zu reden. Ich zeige euch nur auf der Mac Resistance einen wunderbaren Spot, wie ihr eigentlich unendlich viele Runden überleben könnt. Und, ja. Ich zeige euch mal den Spot ganz kurz. Ihr leuchtet einfach mal. Bevor die mir ist weiter schön, okay, liegt immer ganz kurz. Ihr geht einfach hier drüber in das Haus. Dann duckt ihr euch und geht hier an die Ecke. Hier zieht ihr einfach und wartet bis die Gegner reinkommen. Also, da müssen wir nicht wirklich lang warten. Hier, da kommt ihr schon. Ja, und da könnt ihr halt länger bleiben, solange ihr wollt. Wenn ihr die eine Runde überlebt habt, geht ihr gleich zu den Waffenkommandern. Damit ihr neue Waffen bekommt. Und, ja. Und, ja. Wie gesagt, ihr müsst einfach da an diese kleine Theke da euch bücken. An der Ecke warten und campen. Und, ja. Ich zeige euch mal, wie weit man da sonst kommt. Eigentlich kommt man unendlich weit. Ich zeige euch jetzt nur ein paar Runden. Also, genieß es. Servus. Ja. Das war's für heute. Because I loved her And she didn't look back The sun's gone deep And the sky's too high The sky's gone deep And she didn't look back The sun's gone deep And the sky's too high 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 Because I loved her And she didn't look back The sky's too high The sky's too high The sky's too high And the sky's too high 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020